Musik Zu meiner Zeit gab es noch kein Farbfernsehen, sondern Schwarz-Weiß-Fernsehen. Das sagt Annie. Annie kennt das gar nicht. Deshalb erzähle ich es euch Kindern immer wieder. Und da gab es Sendungen wie Daktari und Skippy, das Buschkängurubo und Nansa, Major Healy, Raumschiff Enterprise, Daktari habe ich schon erwähnt, immer wenn er Pillen nahm und so weiter. Darüber habe ich einen Song geschrieben und wie kann er anders heißen als Schwarz-Weiß. Und George macht ein schönes Solo. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mit Maxwell Smart war ich auf Agenjagd, das war ein Kriminalgenie. Und wenn wir mal nicht weiter wussten, Cobra übernehmen sie denn. Wir sind die Generation, die noch weiß, wie der Koch von Bonanza heißt. Wir kannten Larry Hackman schon, da war er noch kein Ölbaron. Wir waren mit Ranger Healy in der Rakete ab zum Mond. Wir haben mit Taktari im Dschungel gewohnt. Wir bieten uns auf Enterprise und mein Farbfernsehen war leider noch schwarz-weiß. Und wenn ich so zurückschaue, dann weiß ich genau, meine erste große Liebe. Eine nickende Frau, ich vergesse meinen Team. Nie, splitt nie, für die bezaubernde Genie. Wir sind die Generation, die noch weiß, wie der Koch von Bonanza heißt. Wir kannten Larry Hackman schon, da war er noch kein Ölbaron. Wir waren mit Ranger Healy in der Rakete ab zum Mond. Wir haben mit Taktari im Dschungel gewohnt. Wir bieten uns auf Enterprise und mein Farbfernsehen war leider noch schwarz-weiß. Dankeschön, schwarz-weiß. Franz schwarz-weiß. Untertitelung des ZDF, 2020